Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht der Wind das wegnimmt, aber mal schauen. Ich glaube, das ist hier der beste Platz, um seine Zeit zu verbringen. Und zwar hier mitten im Jacuzzi. Das macht einfach Spaß. Und mit diesem Panorama habe ich gar keine Lust, draußen zu gehen. Ich habe gesagt, einmal am Tag, heute abgehakt. Und das ist hier das Einzelfde 166-Jährisch. Heute Morgen war ein bisschen wolkig, aber jetzt, guck mal, es ist wieder Sonne, es ist wieder schön. Tag zwei, mein Trip hier in Barcelona. Wie spät ist es? Es ist schon Mittag und ich habe gar nichts gefrühstückt, weil ich heute Morgen mit dem Braune oben auf dem Dach gespielt habe und Spaß da gehabt habe. Also ich schaue mal, wenn ich keine gute Churros zum Frühstück kriege, weil hier essen die Spanier eigentlich Churros zum Frühstück und das ist kein Dessert, wie wir immer denken. Und dann, dann habe ich keine genauen Pläne. Ja, die Personal, Zeit, 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 Angelo und Angelo. Okay. Okay. In the middle. Ah, in the middle. Ja. Angelo in the middle. Ja. Können Sie zurück später kommen? Was bedeutet später? Okay. Wenn Sie zurückkommen, können Sie zurückkommen. Nein, ich brauche einen KB, weil ich filmiere. Ich brauche einen KB. Aber ich brauche ein paar Churros, vielleicht eine halbe Stunde. Ja, ich brauche es. Hasta luego. Tschüss. Danke! Und die. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.